Guten Morgen meine Damen und Herren, wir spielen jetzt die, eine Runde 1v1 und bevor ich es vergesse, lasst euch gesagt sein, morgen, der 26., äh gut gemacht, wird es die Möglichkeit geben mit mir gegen mich wie auch immer zu zocken, ähm dazu müsst ihr lediglich auf Twitch bei mir vorbeigucken. Ähm, wann ich genau online sein werde, weiß ich noch nicht und es wäre gut, wenn ihr Discord habt, ich werde dann, ich habe in die falsche Richtung gelenkt, ich werde dann dementsprechend einen Server aufstellen, wo wir dann kommunizieren können und ich hoffe, dass es mir bis dahin auch wieder besser geht, weil zur Zeit, das ist ja, ist das ja doch etwas schwieriger, aber ich versuche mein Bestes wieder gesund zu werden, aber nicht vergessen, morgen 26., 12., äh, 20., 23., Ups, so sieht's aus, wird es die Möglichkeit geben mit mir auf Twitch zu spielen, unter Throw Dragon, einfach suchen, einfach finden. Ich werde auch noch verlinken und, ähm, Ankündigung, also, doch genau, ich werde es auch noch verlinken und eine Ankündigung per Kommentar schreiben, an dem Tag. Und, ja, ich glaube aber, der, der, der Twitch-Account müsste auch hier drunter verlinkt sein, unter dem Part, müsste, ich versuche dran zu denken, aber, wie gesagt, bin krank, bin froh, wenn ich heute überhaupt irgendwas schaffe. Ich bin schon verwundert, dass das Spiel so gut läuft. So, dich nehme ich da weg. Oh, das war ein guter Schuss von mir, aber auch gut geblockt von ihm. Ne, doch, fast. Da hatte ich schon fast Schiss, dass das nicht reicht. Ich bin grad... Oh, fuck. Oh, hat er gut gemacht. Ich hab gedacht, jetzt hab ich den Noss-Vorteil. Lol. Kriegt er den da? Oh, ja, gut, er kriegt den. Hat er, hat er echt taktisch gut gespielt. Er ist auch nur etwas besser als ich. Also, ich habe... Ähm... 830 MMR, er hat 850. Ich hab nach vorne gedrückt. Ich hab beim Sprung nach vorne gedrückt. Oh, ja. Achso, ich muss ja auch angehen, ich deb. Ein One-Be-One, der andere geht. Ey, ich bin auch nicht gut. Ey, ich bin auch genug... Äh, ja. Äh. Ich glaub, man merkt etwas, was ich krank will. Kade. Kriegt er den nochmal? Nein. Ja, ich krieg ihn aber auch nicht gut. Sollte sogar reichen. Also, von hinten ist hier, glaub ich, Trumpf bei dem Gegner. Hier spielt echt nicht schlecht. Aber lässt mir das Tor ganz oft frei. Zumindest, wenn er vorne ist. Hinten... Hinten spielt er echt gut. Ah, schade, das wollte ich mir wegnehmen. So, das hab ich. War aber nicht so gut. Okay. Das war jetzt aber eigentlich auch nicht gut von mir. Okay, das war's schon. Cool. Tschüssi. Na gut, ich ruhe mich aus. Wir sehen uns dann morgen. 26.12.2023 auf Twitch. Ich hoffe, ich hab ja alles verlinkt. Äh, wann der Stream losgeht. Weiß ich noch nicht. Frühstens 14 Uhr. Also, frühstens am Nachmittag. Bis denne. Tschüss.